Heute versuchen wir wieder den höchsten Rang in Fortnite zu erreichen, Unreal, aber in Zero Bits. Deshalb haben wir keinen Rang und werden uns heute einranken. Deshalb lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Rank. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde. Leute, willkommen zurück zu der neuen Serie Road to Unreal zusammen mit Fix. Was geht ab, Freunde? Wuhu, erste Runde, wir sind beide nicht eingerankt und beide nicht eingespielt, deswegen perfekt. Mein Sound ist auch super leise. Ja, das wird super, ich freue mich. Wir sind beide nicht gerankt. Mal gucken, wie wir gleich eingerankt werden nach der ersten Runde. Und ja, wie ich gesagt habe, Leute, ich habe wirklich eine Glatze. Man sieht ganz kurz, ich habe kurze Haare, sehr kurz. Aber ihr werdet nicht mehr sehen als das jetzt erstmal, okay? Gewöhnt euch daran. Du kleiner Glatzen, Junge, du. Und jetzt behind uns hier hoch? Tür, wo ich hin will. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, so. Das heißt, wir müssen ein No-Bild Unreal erreichen, oder was? Ja, das ist der Plan. Ja, das ist doch easy, oder? Das heißt, wir werden einfach Rank grinden in der Serie und grinden. Und weißt du, was wir noch machen? Wir grinden. Ja, geil. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie lange wir brauchen dafür. Ich sage, zwei Videos, oder? Hä? Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht mit den Stromflächen, welche man nimmt. Autopump schon sehr gut eigentlich. Ja? Mhm. Außer du kannst mit der anderen Pump besser umgehen. Aber ich finde, Autopump ist schon mit am besten. Okay. Lass das Underground gehen, oder? Okay, die sind noch unten drin. Ist die Steps bei mir? Ja. Die kommen zu dir. Ich komme. What? Der Junge. Einer's knock, einer's knock. Oh mein Gott, ich bin so low. Der andere kommt hoch zu dir. Ich komme auch hoch. Der verfolgt dich. Soll er machen. Ich bin auf Highground. Ich glaube nicht, dass er hochkommt. Du bist wieder reingegangen. Ey, wieder runter. Du bist wieder runter. Holy shit. Digga, ich bin nicht gewohnt, Zero-Bit zu spielen. Ja. Warte, ich impulse mich rein. Let's go. Shit-down-Kid, Alter. Kacke bist du. Hey, los, hey, ums. Du restest du nicht, das ist. Digga, wurden die geschittet. Sehr nice. Weißt du, wir wurden geschittet, ich bin fast tot, Alter. Boah, die haben dich echt fast willkommen, ne? Ja, da waren halt zwei, die auf meinen Popo geschossen haben, weißt du. Alter, ich spreche noch mit den Jürgen. Vielleicht hat er noch ein Mad-Kid für dich. Ja, einen Jürgen muss man auch mal würgen, ne? Wir brauchen arschviele Kids, Bro. Das ist die erste Einwink-Runde. Wir brauchen einen 20er-Bomb. Ja, stimmt. Dann lass pushen gehen, oder? Komm, wir gehen einfach wieder hoch und holen uns ein Auto. Abfahrt. Ey, weil niemand weiß Notty, Bro. Ja, hier sind auch keine Steps, oder? Bro, lass mal den. Ja, Peter, komm. Ja, sag ich doch, Maxi. Wir hätten die Gegner pushen müssen. Moin, Peter, was geht? Oh, mein Gott, ich bin gelasert. Von außen, von außen. Wo das Haus ist. Ob ich gesagt habe, wo welche sind. Nee. Ah, doch. 110. Er pusht. Er kommt rein. Wo mit dem Haus? Im Haus. Im Dach. 105. Ich bin nicht genug. Er pusht, er pusht. Ich habe genug. Ich gehe kurz. Hab ich dich mit erwischt? Nee, nee, nee. Ich wurde gesniped. No way, erste Runde. Nein. Was, ich bin tot? No way. Warte, ich hole dich. Da ist er. Schön, dass es neid. Oh, let's go. Mein Fix. Hey, Kai, ich will carry die erste Runde vom Fix, Alter. Oh, du stürmst gegen solche Bots, frage ich mich. Bro, ich kann nicht bauen. Ja, ich kann auch nicht bauen. Ich hole mir doch die Loot hier hinten. Mach das. Komm mit Auto. Nice. Kannst du drei Mad Kids dann mitnehmen? Kann ich dann machen. Ja, ja. Wir sind wieder im Spiel. Wir sind wieder da. Ja, alles im grünen Bereich. Ja, ey. Hey, du bist der Experte bei Zero-Bit. Ich bin halt der Bildspieler, weißt du? Ja, du kommst hier schon rein. Alles, was du machen musst, ist halt schießen und gewinnen. Habe ich einen Headshot-Snipe? Hier ist noch einer drin. Muss mir mal ein paar lassen, großer, weißt du? Ja, ich versuch. Hier, zwei Stück. Ja, ja, ich sehe. Ist er 105? Ja. Nice, let's go. Ich hätte ihn so umbringen können. Nee, ich weiß, er war komplett los da irgendwie. Er springt so vor dem Fenster vorne rum. Ey, wir haben kaum Kids, Alter. Ja, ich weiß, aber ich... Egal, nächste Runde wird besser. Nächste Runde wird besser. Ich glaube, wir kriegen trotzdem gut Prozente. Ja, ja. Wir müssen jetzt nur pushen gehen. Wir haben zu wenig gepusht, leider. 110. Wollen wir mit Auto hin? Ja. Komm mal, unten fährt noch ein Auto. Hier, fahr, fahr, fahr. Ach, bist du schon drin? Ja, ja, ja. Hallo, wollen wir nicht pushen? Der Rest ist ein Auto, aber links noch welcher auf dem Putz. Ja, links war einer Nock auch, ne? Komm, wir holen erstmal die Genockten da hinten. Ja, ja. Irgendwo hier ist der hinten gekrabbelt mit ihm. Nee, hier, hier, hier. Der eine ist sogar Nock. Oh! Und weiter. Oh, Jungs, war's gut. Dicker, scheiß auf die. Ey, wir haben sieben Kids zusammen, ne? Lacher, wir müssen den Rest der Lobby auf jeden Fall klappen. Wirklich, das ist ein Rank-Runde und wir haben einfach, komm, Kids. 17 Kills müssen schon drin sein eigentlich jetzt. Was glaubst du, wie werden wir eingerankt? Boah, ich glaube, das wird so ein... Boah, wenn wir Glück haben, Gold. Im Busch. 360. Das haben wir nur einer, oder? Okay, im Wasser. Nice. Boots. Weg mit euch. Naja, wir gucken mal. Auf der Insel ist niemand drauf. Ja, da sind welche auf jeden Fall mit Münze. Einer geht auf die Insel hoch. Hier ist ein Auto auf jeden Fall. Haben wir fix? Ja, der Launchpaddelt. Vielleicht kannst du da herfliegen, er ist cracked. Er ist unter der Insel jetzt. Siehst du ihn irgendwo? Er riftet, er riftet, er riftet, er geht hoch. Nice, ich hab ihn schon cracked. Wir können ihn vielleicht lasern. Ich hab ihn wieder gecrackt. Irgendwas snipet auf mich. Hier drüben ist ein Duo, das auf mich snipet. Ja, ja, komm mal. Am Stein, ne? Ja. 116 auf den rechts. Lass hier pushen. Komm mal. Wir sind am fighten. Bro, ich spring zu weit. Wenn das jetzt weggeht, dann bin ich tot. Ich schau ein bisschen. Hab einen Knock. Bei mir vor mir läuft einer. Ja. Oh mein Gott, der ist so schnell. 116. Und kriegst du ihn? Hab ich ihn nochmal getroffen? Nochmal 120, Digga. Wie viel Leben hat der? Nice, let's go. Ey, das war's. Oh, die haben alle so viel Leben. Nice. Das war sogar der Mate. Das heißt, wir können wieder weiter pushen. 11 Kids haben wir. Ja, so viele. Ich hab keine 20 mehr auf jeden Fall. Ja, 17 war maximale, was wir hätten schaffen können. Aber ist schon jemand gestorben, leider. Aber 15 können wir noch schaffen. Land hier. Hab ihn, Craig. Hab ihn, Knock. Sehr geil. Weg mit dir, schwarzer Ritter. Was glaubst du, wer du bist? Junge. Weg mit dir, Junge. Kack du. Hier vorne ist ein Mate. Der sniped. 120. 116. Der slow, der slow. Woo. Gib mir dein Medaill, jungen Bisch. Rauspiepen, bitte. Danke. Ich check nur die Büsche, nicht erschrecken. Ey, Junge. Ich schwör, ich hab mich eingekackt gerade. Von mir. 120. Da ist viel los. Hab ihn. Finished. So, letzter. Komm ran hier. Letzter Mann. Wo ist denn der? Ah, ich seh ihn. Aha, echt jetzt. Komm schon. Getroffen? Ja, genau. Es kommt. Aber wie. Ist er cracked? Ja, ist cracked. Oh, komm. Nein. Genau neben der Kopf. Pass auf, ich geh auch hoch. Und. Oh. Let's go. Let's go, baby. Erster Win. Gucken, wie wir eingerankt werden. Was war das? Mit Frickshot. Mit Frickshot, Junge. Let's go. 15 K, ist welcher Rank? Ist Silber. Ich hau nur. Silber. Silber 2. Perfekt, ich geh zu meinem Main-Account. Wir machen von das weiter. Okay, let's go. Okay, wir sind wieder drin. Silber 2. Ein Auto hör ich auch. Wir müssen eigentlich alles reißen jetzt. Ja, wir zerfetzen die. Ja, es kommt mehr Rache, es kommt mehr Rache, es kommt mehr Rache jetzt. Oh, da willst du erst noch ein Ding holen. Peter, wir haben hier ein Peter bei mir. Peter. Peter. Maxine. Klar. Hallo, Peter. Da fliegt er. 19. Du, Lose-Up-Low, du hast eine Krone, Alter. Ich würde mich schämen an deiner Stelle. Yo, Schimmer, der ist Bronze, Bro. Oh, mir tut mir leid. Ey, wir müssen unbedingt hochgrinden, Alter. Das ist doch Käse. Ah, einer ist raus, beim Gully. Komm, 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 komm. Gerade der Sniper. Cracked, white. Oh, ich stehe hier. Tot. Ich hab geholfen. Ah, Macher. Fancing ist schon die Münze eingenommen. Oh, und Peter-Münze auch. Willst du erst mal Fancing gehen? Wie können wir? Beides gut eigentlich. Lass Peter-Münze holen und dann Fancing. Hallo, Freunde, wir sind auch da. Ah, ich sehe einen. Sind wir mit viel da? Oh mein Gott, was? Ich schwöre, ich hab den getroffen. Der geht hoch. Oh Mann, ich komm nicht hoch. Hochen? Hey! Hab ihn. Oh mein Gott. Siehst du ihn? Oh mein Gott, was? Wie hab ich den geschickt? Er hat gerade mit dem Nosekop. Ja, ja, ich hab ihn. Oh mein Gott, let's go. Nochmal Steps. Bro, was? Nochmal Steps, aber ich weiß nicht, ob es ein Bot ist. Wirkt nicht so. Unten im Tresor, glaube ich. Ja, ja, lass Tresor gehen. Oh, aber ich... Oh, ich hab nur zwei Sniper, ne? Oh, du kannst nicht, Junge. Was glaubst du denn, Bro? Mund zu. Und tschüss. Weißt du, er wartet dann mit seinem Sniper-Vision und denkt auch, er kann mich abwarten. Aber er hat vergessen, ich hab Right Peak. Ich habe den Vorteil, ob der meine... Auf meine Seite. Und du hast einen Brain-Lag gehabt, glaube ich. Hä? Mach mal einen schönen Fluch jetzt. Flieg mal. Sag mal am Flugzeug. Ich spiel Rocket League. Rocket League. Los. 116. Haben wir auch getroffen. Noch einer. Über mir. Los, los, los. Über dir. So, brauche ich auch einer. Headshot-Snipe, ja. Sehr geil. Noch einer. Vor mir. Body-Hit. Hier, Maxi. Oh mein Gott, was? Was? Hääää! Äh, okay, scheiß drauf, wir werden ihn nicht mehr haben. Äh, okay. Und dann zählst du doch mal. Du hast ihn, oder? Ja, Headshot-Snipe. Ich spiel einfach Double-Sniper. Echt jetzt? Ja, vielleicht sollte ich mir eine andere Waffe noch holen. Aber ist irgendwie auch ganz geil. Oh, Steps vor mir. Hier, Maxi. Ja, ich versuch einen Winkel zu bekommen. Im Busch haupt auch einer. Oh, der im Busch ist... Is one. Nein. Der hat ein Schild. Bro, warum lebst du denn noch? Ist doch kacke. Hier ist noch einer, der ist one. Nice one. Let's go, baby. Sehr geil. So, es leben noch 26, also insgesamt 24 andere und wir haben 10 Kids. Wir können 20 Kids schaffen und du hin. So, ja, hab ihn einmal. Hab ihn nochmal. Nicht überfallen für dich, okay? Okay, weiter geht's. Echt, da gucken wir, der oben schillt. Auf dem Dach. Wie ist das bei uns, Felix? Die sind auf dem Dach. Ah, da drüben. Felix, 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 Felix. Oh mein Gott. Fickst du, oh mein Gott, du bringst mich um. Warum? Oh mein Gott, der hat nicht getetet. Okay, ich nehme alles zurück. Fickst, boah, 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 oh, die Festung, die Festung. Oh mein Gott. Ich hiel uns. Ist da noch ein Gegner? Ich bin Puls nicht. Bro, fixst du, ich schwinds gegen mich. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Furcht, furcht, furcht. Alles, wir haben alles im Griff, Maxi. Wir haben alles im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Ich komme. Die sind auf unserem Bunker jetzt. Einer ist hier. Ich höre, fix das Handicap gerade. Einer 116. Oh mein Gott, der ist so One-Shot. Der Reasonskin oder was? Äh, ich glaube, ja. Oh, ist das ein Bot, Digga? Man. Da kommt noch jemand. Ich komme zu dir hoch. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich will bauen. Ich kann nicht bauen. Wir sind beide im Haus. Kommen, wir gehen rein. Ah ja, okay, fix geht rein, Digga. Ich muss mitkommen. Müsst du nicht? Ich war schon alleine. Oh, der hat ein Schild. Pass auf, der ist da drin mit Schild. Komm rein. Ja, nein. Scheiß auf ihn. Ja, oben. Der ist in Richtung diesen Turm, weißt du? Oh mein Gott. Oh, ist ein anderes Team noch. Digga, das sind drei Leute. Digga, bist du mitten drin? Ja, ja. Hier. Digga. Die haben gar nichts gecheckt. Ich glaube, hier ist auch jemand. War das alles? Nee. Digga, wie buggt er denn rum? Hab ihn? Also, wir haben alles im Griff, oder? Ja, ja. Ist der noch nur? Ich glaube, der war nur noch, ja. Oh, Gegner. Mein schönes Schild, Junge. Ich mach ihn fix. Alles gut. Okay. Ich hab gar keinen Eim. Ich hab komplett daneben geschossen. Er aber auch. Boah, das war ja grad bodenlos. Ey, bitte. Das war traurig. Lass ein Auto holen. Lass den Tank nehmen. Ist ein... Kein Tank? Ah, doch, ja. Ja, ich hab schon gemerkt, dass du Platz gewechselt hast, du kleines Schwein. Immer muss ich für dich Autofahren, als ob ich Taxifahrer bin. Für umsonst. Hallo Maxi, hier ist Ihr Uber. Möchten Sie wieder mitfahren? Ja. Sie müssen auch nichts bezahlen, weil Sie sind Maxify. Kein Problem, Mann. Hier ist jemand. Unten im Wasser? Im Wasser, der ist komplett verloren. Der kriegt nicht. Das ist ein Gegner für dich, Maxi. Den Kriegsi. Dead. War der Diamond? Komisch, der hat sich verlaufen. Ja, wir haben hier vergleicht den 20er, warum das auf jeden Fall Schleko, Mago, äh... Pickt bei mir zwei, bei mir zwei. Kommen. Dead. Kriegst du die beide? Der ist rechts von der Brücke. Dead. Ja, okay. Dann mach ich die anderen, die sind hier bei mir. Oh, mein Auto ist abgelockt. Aber ein Down. Oh, der war nur Solo. Da läuft noch einer. Vor uns. Ja, ich versuch. Oh mein Gott. Tracked. Der ist ja kacke. Da, schießt. 116. Hab den. Letzter. Letzter. Genau vor mir. 116 auf ihn. Noch skoppen? Ja, lass es try'n. Moin. Schießt noch ein bisschen auf. Boah. Nochmal White getroffen. Ich mach noch einen White-Hit. Ach du dummer. Nein. GG. 28 White getroffen, er war tot. Egal, schöne Runde. Mal gucken, was den Ranks hat. Ich bin halt auf andere Accounts. Ich bin jetzt selber zweimal gucken, wie hoch. Double Rank wäre richtig wichtig. Ich glaub, das schafft man nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also, wie viel Prozent haben wir gerade gemacht? Ich hab über 50 Prozent gerade bekommen auf den. Boah, wir brauchen noch eine Runde, dann haben wir Gold. Easy. Okay, Abfahrt. Letzte Runde. Okay, fix. Letzte Runde. Komm. Abfahrt. Wir müssen mal Vollgas geben. Jetzt dominieren. Für Gold. Wenn drin. Ich sag doch, hier ist keiner in dem Spot. Ey, Bro. Bei Build-Modus hat man hier mehrere Gegner. Das ist voll crazy. Oh, jetzt kommt jemand. Ach so, jetzt auf einmal. Jetzt ruhig weggehe. Klar. Ja, komm wieder hoch. The Headshot-Sniper. Sick. Let's go. Hallo. Welchen Rank hat der? Wie ist es ein Mate? Jungs, ihr könnt euch nicht verstecken vor mir. Auto? Im Auto, im Auto. Ich block ihn. Platten? Noch einen Platten? Noch einen Platten? Ist fast down. Ist aus. 110. Oh, er hat mich so getribbelt. Tschüss, Jesse. Bye, bye. Junge, warum gebe ich denn gar nichts, Alter? Oh, Mann. Immer die Sniper. Immer die Stream-Sniper. Oh, Pons. Ja. Hallo. Oh, ja, die sind wirklich drin. Schön, Snog. Ja. Keine Ahnung, wo das ein Mate ist. Ja, komm, lass weitergehen, Maxi. Wir müssen Kills machen. Das kann ja nicht sein. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hab's hinter mir. Hä? Meinst du das im Keller? Na klar. Der ist nicht im Keller. Fußballs gehen. Ich bin dead. Ich bin dead. Ich bin in One-Shot. Oh, mein Gott. Ich komm. Er ist dead. Er ist dead. Found wood. Pranked. Nice. Auf dem Dach. Hast du davon aus. Du hast davon ausgeschickt. Oh, er hat mich. Oh, mach, Maxi. Mach, 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 mach. Mach gar keinen Archer, Junge. Let's go. Oh, oh. Noch ein Team. Ich sag dir, wenn die kommen. Wir gehen nach hinten, oder? Ich hab kein Healing. Ich hab die Gefühle hier. Die sehen uns healing halt. Wollen wir Richtung Tresor gehen? Ja, lass uns kurz antäuschen. Das wird nur weglaufen. Boah, halt Healing, ne? Da ist safe noch Healing für mich. Ja, okay. Entschuldigung. Ich hab kein Healing. Bootssafe? Ja, Schmutz. Ich seh einen. Und da rein? Ne, der ist auf dem Dach, hier auf dem blauen. Okay, okay. Ich schieb die drauf, ja? Ja. Aber ich glaub, wir kämpfen zwei verschiedene. Aber ein Nook. 110 auf dem Dach. Oh, der hat mich schon wieder. Ah, es sind verschiedene auf dem Dach. Das sind zwei Teams. Ah, nein. Schockwaffe, dich weg. Das ist mein Plan. Nice. Oh, sehr schön. Da waren zwei Teams auf dem Dach. Ja, ja, hab ich gemerkt. Diese orange Skins haben beide 100, glaub ich, bekommen. Oh, oh. Nice. Er schießt mich weg. Hab deine Karte, ne? Ja. Digga, dass die schon bei Silber so gut sind, Mensch. Manche, ey, die klatschen schon rein. Oder einfach fix so schlecht. Das kann auch sein. Oder ich carry dich doch hier. Nicht? Ich geb doch mein Bestes, weißt du? Und auf meiner Leiche müsste noch ein Movement liegen. Das heißt, wenn du abhaust, kannst du dahin impulsen. Auf dem blauen Marker. Das ist so kacke, wenn man sich die zubauen kann. Ich kann mich nicht mehr drucken. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin tot. Nein, ich kann mich grad nicht bewegen. Ich bin hier hartstack. Du bist wirklich tot. Mein Kopf hängt da fest. Du hättest durchziehen können. Ja, sorry, Digga. Pass auf, rechts noch. Oh, Digga. Ich treff gar nichts. Mach er. Hast du. Easy. Oh, Digga. Oh. Im Nosekopf. Auf Asus, hier einmal weg im Nosekopf, Digga. Junge, du hättest so durchziehen können. Du kannst zwei abbrechen und an eine andere Stelle hinlaufen und weitermachen, ne? Nice, bin da. Macher, kein Lacher. Ich lande auf meinem Loot. Oh, die snipen. Das sind die mit Medaillon. Die rennen mir hinterher. Ich bin stuck. Ich laufe hinter dir her, gerade. Ich habe einen Nook. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ich habe einen Nook mit mir. Oh, der andere hat mich. Ist der los? Der ist erster Stock. Ne, ich habe ihm zwei Hits gegeben, glaube ich. Erster Stock. Er schaut auf mich. Er ist ganz unten wieder. Genau auf mir. Oh, Macher. Let's go. Mit der Pistole habe ich ihn. Piu, 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 Junge. Egal, du hast ihn so hops genommen dann, ne? Ich habe einen 116, correct? Sehr geil. 110. Hast du ihn? Nice. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen close. Ich gehe in beide Münzen. Ja. Habe ich einen Headshot sniped? Der andere ist auch hinterm Stein. Boah, ich muss reloaden. Nice one, good job. Kannst gar nichts, Junge. Habe ich den abgestaubt? Egal, alles gut. Hast du ein Movement? Vorne? Boah, der ist schlecht. Oh mein Gott, ich bin noch schlechter. Habe ich einen Headshot sniped. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, was an einem Mischchen gerade da war. Wollte ich uns irgendwie abcampen oder so? Ja, ich glaube. Aber er hat eine goldene Skala-Fall zu raus. Die ganze Zeit wie so ein Trottel. War bestimmt Trimax, wie er snipet. Ja, wahrscheinlich. Die snipen beide auf mich. Das sind drei Stück? Ja, die haben Puff wahrscheinlich. Habe einen 116 gegeben, den links? Ja, ich schwöre mal, jetzt snipen mal gucken, die treppen nicht. Ich fange die oben vom Busch ab. Ja. Ja, er snippt mich niemals in der Luft. Ich bin Headshot sniped. Ich sag dir, die werden pushen. Ja, die kommen. Ja, sind da. Hey! Beide oben. Oh, hast du einen? Nice. Hier. Ich bin ein Busch. Fick, ich komme ja schon. Oh mein Gott, die Runde sitzt nicht sowas von in deinem Rucksack, Bro. Und ich bin ein Bildspieler, nicht Zero-Bild. Mimimi, ich kann nur Bild spielen. Fuck you. Das ist alles, was ich höre. Du kannst auch noch Bild spielen, das ist doch nice. Ich glaube, bei Zero-Bild ist so Ska und so richtig gut. Weil ich spiele MP eigentlich wegen Bildmodus immer. Ja, aber MP ist es nicht. Du musst Ska spielen mit vertikalen Handgriff und Mündungsbremse. Da laserst du komplett rein. Hast du es bei dir drauf? Ja, ich habe jetzt den Ska genommen. Habt ihr die Mündungsbremse und vertikalen Handgriff drauf? Gut, ja, keine Ahnung. Ja, ich kann dir mal gleich meine geben, wenn du willst. Ich verscheide einfach drauf. Mündungsbremse? Ja, ja, Mündungsbremse ist es. Lass gleich mal tauschen, wenn wir die gekleppt haben. Okay. Einer ist hier, einer ist da. Ja, ich gehe hier hin. Digga, die schießen sich ja da ab. Ist das eigentlich die Landwirte auf der Ska? Noch mehr, glaube ich. Nock, links. Links zwei, Headshot-Snipe, noch einer. Frau Maxi, jawohl. Hier, nimm mal die Ska von mir. Okay. Ich teste ihn mal. Und jetzt schieß einfach mal nach vorne. Boah, die ist voll akkurat, Digga. Ja, die Lasert richtig krank, ne? Da ist der letzte Gegner. Achso. Bro, schon wieder? Und 20er-Bomb. Ja, wir brauchen richtige Gegner. Und das kriegen wir noch. Aber erst im Laufe der Serie, Leute. Deswegen vergesst auf jeden Fall auch am Ende, ne? Vergesst nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo da zu lassen. Lass unbedingt ein Abo da, Leute. Wenn ihr doch die zweite Folge sehen wollt. Oder die dritte. Oder die vierte. Oder die fünfte auch. Oh, unser Bot hat ihn gekehlt. Unser Bot hat ihn geholt. Nice. Egal, kein Trickshot, aber die waren knapp, Digga. Ich sag's, wie du bist. Ja, die Dinger sind voll gleich zum Trickshotten. Holy shit. Let's go. Okay. Komm. Haben wir Upbring? Das muss Gold sein. 21 Kits. Oh, und ich bin Gold. Gold, eins. 42 Prozent. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mal mit der ersten Folge Road to Unreal zusammen mit Fixed in Zero-Bit. Lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da für mehr Road to Unreal und schaut gerne über Fixed vorbei. Erster Linke in der Videobeschreibung bis zum nächsten Mal. Ich liebe uns. Tschüss.